Kann man mit Stockfotos Geld verdienen? Ich bin blutige Anfängerin in Fotografie und in Stockfotografie. Ich habe vor ungefähr sechs Wochen damit angefangen. Was ist bisher dabei rumgekommen? Hi und willkommen! Mein Name ist Edda und in diesem Video geht es um meine ersten Schritte und Erfahrungen bei dem Versuch, mit Stockfotos etwas Geld zu verdienen. Der Versuch, mit Stockfotos etwas Geld zu verdienen, ist Teil meines Experimentes, wie man in zehn Jahren reich wird. Ein Video gibt es hier oben und der Link dazu ist auch in der Beschreibung unten. Auf der Suche nach Ideen, wie man online ein bisschen Geld verdienen kann, bin ich auf ein Video gestoßen, in dem es so ungefähr hieß, Nimm dein Handy, mach ein paar Bilder, bearbeite die ein bisschen und lade die auf entsprechenden Plattformen hoch und warte auf das Geld, das dann kommt. An der Idee hat mir besonders gut gefallen, dass man damit sofort anfangen kann. Ich habe reichlich Fotos, die nicht zu persönlich sind und die ich für ein bisschen Geld gerne Leuten zur Verfügung stellen würde. Nachdem ich mich etwas informiert habe, habe ich mich bei Shutterstock angemeldet, weil die meisten Leute dort scheinbar die meisten Fotos verkaufen. Also bin ich meine Bilder durchgegangen und habe ungefähr 100 ausgesucht. Meine Vorstellung war so ungefähr 100 Bilder hochzuladen und nach zwei, drei Monaten zu gucken, ob sich überhaupt welche verkauft haben. Das hat Spaß gemacht, denn die alten Fotos durchzusehen, hat natürlich auch viele schöne Erinnerungen geweckt. Dafür hat das Hochladen der Fotos unerwartet viel Zeit in Anspruch genommen. Als erstes muss man für jedes Bild einen Titel von mindestens fünf Worten eingeben. Für die meisten ist das leicht, aber für einige ist es ein Sonnenuntergang. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Shutterstock schlägt Schlagwörter vor. Das ist häufig recht hilfreich, aber manchmal kann man die auch gar nicht brauchen. Als nächstes muss man mindestens eine Kategorie aus einer Top-Down-Liste auswählen. Den Ort muss man nicht unbedingt angeben, aber sieben Schlagwörter. Titel und Schlagworte sind ziemlich wichtig, denn die Bilder können sich nicht verkaufen, wenn sie nicht gefunden werden. Teilweise wird behauptet, dass sogar die Reihenfolge der Schlagworte wichtig ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht. In Shutterstock ist die Reihenfolge das letzte Schlagwort, das man eingegeben hat, ist dann das erste. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, nach der Eingabe die Reihenfolge noch zu ändern. Wenn man also die Schlagwörter wirklich in einer bestimmten Reihenfolge eingeben will, muss man sie sich erst überlegen, in die richtige Reihenfolge bringen und anschließend dann bei Shutterstock eingeben. Nachdem ich ungefähr zwölf Bilder hochgeladen habe, mit Titel und Schlagwörtern, wollte ich einfach nur noch fertig werden und bin dann schludrig geworden. Das hat sich tatsächlich hinterher bewährt. Leider sind die Bilder, direkt nachdem sie hochgeladen worden sind, noch immer nicht verkaufsbereit. Shutterstock muss sie erst noch genehmigen oder eben ablehnen. Das Ergebnis war sehr ernüchternd. Ein Bild nach dem anderen wurde abgelehnt, wegen Unschärfe, Fokus, Rauschen und so weiter. Zum Schluss war ich sehr froh, dass wenigstens zwei Fotos angenommen wurden. Ich weiß nicht warum, vielleicht wegen der beiden angenommenen Fotos. Auf jeden Fall löst es bei mir jetzt erst recht aus. Ich wollte unbedingt noch ein paar Fotos genehmigt bekommen. Immerhin sind zwei Fotos zu wenig, um herauszubekommen, ob ich überhaupt welche verkaufen kann. Die nächsten drei Tage war ich mit Bildkorrektur und Bildbearbeitung beschäftigt und mit dem Wiederhochladen. Jedes Mal musste ich von Neuem die Kategorie, Titel, Keyworte und gegebenenfalls den Ort eingeben. Allerdings hat es sich als effektiver herausgestellt, zuerst mal schludrige Titel und Schlagwörter einzugeben. Und nachdem Shutterstock die Fotos dann akzeptiert hat, kann man sich die Zeit nehmen und sie ordentlich bearbeiten. Allerdings, den Ort kann man dann nicht mehr ändern. Ich benutze übrigens Gimp zur Fotobearbeitung. Es ist umsonst und der Link ist unten in der Beschreibung. Nach den drei Tagen hatte ich 25 akzeptierte Bilder und jede Menge über Bildverarbeitung und Fotografie gelernt. Trotzdem bin ich immer noch blutige Anfängerin. Ich habe stundenlang Videos geguckt, um herauszufinden, wie man Rauschen und Unschärfe reduziert. Es wird dazu geraten, Fotos im RAW-Format aufzunehmen, weil dies viel mehr Informationen enthält als das JPEG-Format. Ich benutze ein Galaxy S8 Plus Handy. Und da kann man den Pro-Modus einstellen und in dem Pro-Modus kann man dann im RAW-Modus fotografieren. Gimp kann allerdings kein RAW-Format importieren. Deshalb benutze ich es jetzt in Kombination mit RAW-Therapy. Das ist ebenfalls umsonst und der Link ist auch unten in der Beschreibung. Dann habe ich mir überlegt, die akzeptierten Fotos auch noch auf einer weiteren Plattform Adobe Stock hochzuladen. Dabei hat sich herausgestellt, dass Adobe Stock noch strenger mit der Wildqualität ist und hat ein paar davon abgelehnt. Wenn Shutterstock Bilder ablehnt, begründet es das genauer als Adobe und das hilft natürlich dabei, sich zu verbessern. Beide Plattformen stellen reichlich Hilfsmaterial für ihre Fotografen zur Verfügung, aber in dem Punkt finde ich Adobe Stock etwas besser. In der wöchentlichen Analyse von Adobe Stock kann man sich die Bilder, Titel und Keywords der Bestseller angucken. Das hat mich auf ein paar Ideen für Ostern in Zeiten von Corona gebracht. Drei Bilder davon sind von Shutterstock akzeptiert worden und glücklicherweise war auch mein Lieblingsbild dabei. Diesmal habe ich aber deutlich weniger Zeit in die Korrektur der abgelehnten Bilder investiert. Ich muss zugeben, zu diesem Zeitpunkt hat sich meine erste Euphorie ein bisschen abgeschwächt und auch weil ich mit YouTube sehr beschäftigt war, habe ich bestimmt eine Woche lang nicht bei Shutterstock reingeguckt. Und als ich dann wieder reingeguckt habe bei Shutterstock, war ich total überrascht, dass ich mein Lieblings-Oster-Foto dreimal verkaufen konnte. Jeweils für 25 Cent, das ist ungefähr ein Stundenlohn von einem Cent. Ich habe jetzt also mit dem Verkauf von Stockfotos 75 Cent verdient. Was ist also mein bisheriges Fazit? Ich finde, die Erfahrung hat sich gelohnt. Zumindest habe ich einiges gelernt und es hat Spaß gemacht. Und ja, auch als blutiger Anfänger kann man Stockfotos verkaufen, wenn man die richtigen Motive fotografiert hat. Übrigens, das Foto, das ich verkauft habe, habe ich mit meinem Handy gemacht. Falls du gut fotografieren kannst und auch noch Spaß daran hast, deine Bilder hinterher mit Titeln und Schlagwörtern zu versehen, könnte das für dich eine angenehme Art von Nebenverdienst sein. Was mich selbst angeht, ich werde es sicherlich weiter versuchen, aber ich werde es ein bisschen langsamer angehen, als in meiner ersten Euphorie. Falls du Ideen hast, welche Fotomotive sich verkaufen könnten, dann hinterlass mir doch bitte einen Kommentar und ich versuche es umzusetzen. Falls du sogar auf der Suche nach Stockfotos bist, lass mir doch einen Kommentar da, wonach du suchst. Und falls es mir gelingt, akzeptable Fotos für dich zu machen, würde ich sie dir umsonst überlassen. Falls du als Käufer oder Verkäufer an Stockfotos interessiert bist, benutze doch bitte den Link unten in der Beschreibung, um dich bei Shutterstock zu registrieren. Für dich macht das keinen Unterschied, aber ich würde dann eine kleine Provision erhalten. Falls du generell auf der Suche nach Einkommensquellen bist, bist du auf diesem Kanal richtig. Hier oben findest du eine kurze Einführung zu diesem Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere bitte, drück die Glocke und gib mir einen Daumen hoch. Falls es dir nicht gefallen hat, bitte hinterlass einen Kommentar, was ich besser machen kann. Nichtsdestotrotz bitte abonniere, aktiviere die Glocke und gib mir einen Daumen hoch. Bis bald und mach's gut! Glocke angeht. Bis bald. Bis bald.